Musik Ihr habt für euren neues Land eine ungerüstete Aufenthaltserlaubnis bekommen. Eure Kinder werden als Jura beworben. Ihre Rechtssprache ist erlaublich. Und auch, wenn sie Christen sind, kennen sie mir im Kolumbus-Restgebiet. In der Kaffeebar nebenan spricht man nicht mit Vornam an. Aber wir machen es, wenn wir in der Kaffeebarkeit eine Mute. Du hast Räume gefunden und kannst dich nicht vollständigen. Trotzdem bist du ein Fremder. Trotzdem denke ich jeden Tag daran, wann ich nach Hause zurückkehren kann. Nach Hause! Nach Hause? Heimat ist für mich kein Ort, sondern ein Gefängnis. Heimat ist da, wo das Herz ist. Heimat tragen wir in unserem Herzen weiter. Heimat ist für mich ein Ort, sondern ein Gefängnis. Heimat kann überall sein. Heimat ist für mich ein Ort, sondern ein Gefängnis. Heimat is für mich ein Ort, sondern ein Gefängnis. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020